Herzlich Willkommen hier auf Toffis Kanal. Heute möchte ich euch eine neue Konzeptidee vorstellen oder man kann auch die Frage stellen, was hat der Toffi jetzt wieder vor? Ich erkläre euch mal mein neues ASC, wobei ich noch gar nicht so weiß, ob es auch so am Ende heißen wird. Wir schauen mal. Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf Toffis Kanal. Ich habe mir mal wieder was Neues überlegt, was so ein bisschen meine Welt widerspiegelt sozusagen. Also ja, ich habe auch eine kleine Präsentation dafür vorbereitet, in Anführungszeichen. So könnte man das sagen. Ich schalte einfach mal zu oben. Okay, das ist das, was ihr gerade gesehen habt als Titelbild. Ich erkläre euch mein neues ASC, wobei ich wie gesagt noch gar nicht weiß, ob es ASC am Ende des Tages heißen wird. Ja, was ist das? Ganz einfach. Ich mag Comics, ich mag Animationen, ich mag Games oder Spiele. Ich mag Storys, ich mag Hörspiele, Schrägstrich Hörspielgeräusche. Das ist so das, was ich so am meisten, am meisten so liebe eigentlich und solche Dinge. Da hätte ich jetzt aber auch noch Serien und Filme und sowas dazu packen können, gedanklich dazu packen können. Und daraus ist so ein bisschen bei mir so eine neue Idee entstanden. Fangen wir mal mit Comics an. Ich hatte euch ja, ich schalte noch mal einmal zurück auf den Bildschirm. Ich hatte euch ja hier in meiner Roomtour mal gefragt, na, was ist das hier wohl? Das steht sogar da hinten normalerweise auf so einem Sockel und wird auch so toll beleuchtet hier. Ja, das war so meine Roomtour, so eine Frage, da hätte man was gewinnen können. Entweder wusstet ihr es nicht oder ich vermute mal, es war das Interesse nicht so groß, aber ist auch nicht ganz so schlimm. Das ist die Mondrakete aus den Tim und Struppi Comics. Und Tim und Struppi ist so mein absoluter Favorite. Ja, da habe ich auch hier die ganze DVD-Box im Prinzip dabei. Also Tim und Struppi, ja, Comic Reise, ich bin schon mit Reiseziel, Mond und Schritte auf dem Mond. Davon kommt das. Warum erzähle ich das jetzt hier ganz einfach? Ich, ja, ich liebe Comics und auch entsprechende Animationssachen dazu. Jetzt nicht unbedingt so Animes, Manga-Animes oder sowas. Das ist jetzt noch nicht so meins, wobei ich da auch so, was ich groß sind, solche Sachen auch schon ziemlich cool finde. Aber so, daraus ist das so ein bisschen die Idee gekommen, ja. Also Comics, Animationen und Spiele. Und daraus, also das ist der Hauptteil, daraus sollte sich jetzt im Prinzip ein Wort auch kreieren. Und, naja, ich weiß halt auch nicht, ne. Also das C passt irgendwie da rein, das A passt da irgendwie rein, das S passt da rein. Ich könnte auch für Spiele, also Comic-Animierte Spiele oder auch einfach Animierte Comic-Spiele. Deswegen war ich so bei ACS oder so. Oder ich könnte auch sagen Animierte Spiele Comic-Videos. Wahrscheinlich deswegen bin ich auf Eistee gekommen. Ich war noch nicht ganz sicher, wenn ihr da irgendwie eine Idee habt oder so, gerne. Ich könnte natürlich auch noch das hier mit reinpacken, irgendwie, keine Ahnung. Dann nehmen wir halt das G noch für Games dazu oder für Geschichten, was auch immer. Und haben dann ein Gash oder so. Keine Ahnung. Also ich weiß es noch nicht ganz genau. Aber wahrscheinlich wird es ASC heißen. Also das ist so der erste Gedanke, den ich jetzt habe, der Arbeitstitel. Aber wir können das gerne auch mal umtwitchen. Ja, und was heißt das eigentlich ganz genau? Wie soll das funktionieren? Und was hast du da jetzt vor? Ich will also diese Sachen einfach, die ich wirklich liebe, die ich mag, einfach mal vermischen. Und daraus sind die Truck Tales entstanden. Die Truck Tales sind also, ja, ich sag mal Animierte Spiele Comics. Deswegen ASC. Animierte Spiele Comics. Und das sind halt Geschichten, also Truck Tales aus dem Trucker Leben. Also Geschichten aus dem imaginären Leben eines virtuellen Truckers oder einer virtuellen Spedition. So könnte man das sagen. Eben aufgemacht wie ein Comic-Heft. Und ja, der erste Teil ist halt eben Firma Logistik, Firma Thomas Logistik. Die ist am Start, ihr kennt das ja schon quasi, Thomas Logistik im Livestreams oder aus den Videos aus dem Eurotruck Simulator 2. Da kennt ihr die Firma Thomas Logistik her. Und ich habe mir überlegt, da könnte man einfach auch ein paar Geschichten zu erzählen. So ein paar kurze Geschichten, die ja 10 oder 15 Minuten sein sollten. Ich habe jetzt ja mal angefangen mit Highlight-Videos. Was ist so aus den Sachen überall passiert? Und das wollte ich jetzt irgendwie mal auch in eine schicke Form gießen und wie gesagt so ein bisschen Storytelling dahinter packen. War also die Idee. Band 1. Klar, für die, die Thomas Logistik nicht kennen, muss ich natürlich die Firma erstmal ein bisschen vorstellen. Da ist jetzt noch nicht so viel, gedanklich noch nicht viel Truck Simulator dabei. Aber ein Stück weit auch. Allerdings steckt da auch eine Menge Arbeit drin und ich zeige euch das mal ein bisschen ganz kurz und ich hoffe, das Ergebnis gefällt euch am Ende des Tages. Ja, zum Beispiel müssen da Fotos gemacht und umgewandelt werden. Hier oben ist zum Beispiel ein Originalfoto, das wird dann umgewandelt. Also ich arbeite da viel mit Photoshop Elements für die Fotobearbeitung und mit Premiere Elements natürlich für die Videobearbeitung. Alles in der 2020er Version. Fotos bearbeiten ist jetzt relativ einfach. Ja, das ist jetzt hier einfach nur, das ist wirklich sehr easy, einfach nur in Comic-Style umswitchen geht. Ja, hier muss aber zum Beispiel die Person nochmal ausgeschnitten werden, nochmal verändert werden und dann im Comic-Stil umgearbeitet werden. War schon ein bisschen aufwendiger. Ja, aber schwieriger wird es dann, wenn man das Ganze dann nochmal umpackt. Ich nehme aber genauso gut auch Screenshots aus dem ETS 2 beispielsweise. Das ist jetzt hier meine Originalgarage. Das ist das Bild aus der Originalgarage jetzt bei ETS. In Dortmund in dem Fall ist das die Garage. Die wird dann einfach natürlich umgewandelt entsprechend mit Logo und Headquarters. Dortmund steht dann hier zum Beispiel drauf, dass man also auch das Firmenlogo dann erkennt. Ja, und dann wird daraus eben ein Comic. Also dass man hier dann quasi ein Comic-Teil rausbastelt, damit das im Spiel dann entsprechend auch als Comic oder im Video als Comic dann zu sehen ist. Auch das ist noch relativ easy. Das mache ich dazu. Dazu nehme ich aber zum Beispiel auch einfach selbst aufgenommene Szenen, die ich selber auch einspreche. Ich zeige euch, geht das einfach mal. So, Szene. Dann habe ich natürlich auch umgeswitcht und dann sieht es im Spiel so aus. Danke, Kalle. Alles klar, perfekt. Super. Also nicht im Spiel, sondern im Video. Das heißt, ich nehme also auch dazu dann noch eigene Videos auf. Spiele, ein paar Szenen. Es gibt sonst keine anderen Schauspieler, in Anführungszeichen, in dem ganzen Konzept. Also ich nehme einfach so ein paar Szenen auf. Das kann draußen sein, das kann drin sein, das kann so eine Büroszene sein, was auch immer. Und daraus entwickle ich dann halt eben, ja, aus dem, was ich selbst aufgenommen habe, dann eben ein entsprechendes Video. Das muss natürlich von der Idee her erstmal wachsen, was da für eine Story erzählt werden soll. Da muss das kreiert und geschnitten gemacht und vertont werden quasi, der Ton optimiert werden und natürlich dann auch entsprechend noch Comic-Style mäßig bearbeitet werden. Und ja, die Storys sind natürlich überwiegend vom ETS 2 oder auch vom ATS natürlich inspiriert, das ist klar. Aber das Ganze wird natürlich, wie gesagt, bearbeitet und geschnitten. Und diese Szene hier zum Beispiel ist auch aus dem Spiel heraus und dann eben, ich mache es mal noch ein bisschen größer, und dann im Comic-Style umgewandelt. Ihr hört das jetzt, das ist das reine Fahren, da ist also noch kein Ton dahinter, also der Ton vom Fahrrad, aber noch kein gesprochener Ton. Wird von mir dann im Prinzip alles noch nachvertont, zum Teil mit Musik oder auch mit Geräuschen unterlegt, damit das Ganze auch ein bisschen realistischer und aufgepeppter wirkt quasi. Und ja, ich habe natürlich schon auch ein paar Storys im Kopf. Einiges ergibt sich aber auch aus dem Spiel heraus, ganz einfach, wie so diese Highlights-Videos auch, wo dann, ihr wisst, dass noch der Mähdrescher plötzlich im Weg stand. Solche Sachen kann man da natürlich dann auch reinbringen und das wird so ein bisschen Storytelling sein. Aber wie ihr das von mir kennt, kombiniere ich natürlich auch die Themen in meinen Spielen. Ich nehme jetzt mal nur das Beispiel Glen Toffee, ja, in unserem Fußballmanager 22 oder Footballmanager 22, wo wir den Verein Toffield United gegründet haben. Trikotsponsor ist Glen Toffee. Also nehme ich auch im ETS 2 in meiner Firma natürlich eine Lackierung für die Trailerwerbung von Glen Toffee. So kombiniere ich ja mehrere Sachen miteinander. Oder wenn ihr noch daran denkt, wie ich meine Trucks in Fußball-Style, hier der Agabus-Style im VfB Stuttgart, oder dann habe ich auch den Wuppertaler SV-Truck oder natürlich auch einen Schalke-Truck hier von Micha beispielsweise kreiert oder auch dann eben auch mal den Trailer umgezeichnet mit Schalke-Motiven drauf oder auch mit Olympia-Motiven drauf. Da hattet ihr ja auch immer Ideen, was ich da machen kann. Also sowas habe ich ja immer miteinander verknüpft. Und ja, so habe ich hier natürlich auch ein paar Ideen. Also hauptsächlich wird das natürlich ETS 2 sein, das ist klar. Aber ein paar andere Ideen, die ich da noch mit reinbringen kann, habe ich auch. Und wenn ihr Ideen habt für eine Story oder sowas, für einen Gedanken, was euch selber passiert ist oder was, was ihr wisst, was jemandem mal passiert ist oder sowas, gerne auch mal dann einfach in die Kommentare reinschreiben oder eben auf die E-Mail-Adresse, die werdet ihr dann auch natürlich wiederum bekannt gegeben. Die E-Mail-Adresse kennt ihr aber auch zum Teil. Dann einfach mal so eure Ideen da rein. Discord können wir dafür auch natürlich gerne nutzen. Ja, und dann fände ich das gut, wenn ihr da auch Spaß dran habt. Und so ist so meine Idee dahinter, so ein paar Comic-Geschichten zu erzählen, inspiriert halt vom ETS 2. Das war's, was ich euch hier heute im Prinzip so zeigen wollte quasi. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ihr das findet. Ich bin gerade fleißig dabei, meine erste Trucksteel-Geschichte, die ist schon gedanklich natürlich fertig, die ist auch schon komplett aufgenommen, sind noch die Feinarbeiten quasi dran. Also die wird jetzt in den nächsten Tagen hoffentlich veröffentlicht. Und würde mich freuen, wenn ihr da einfach mal eure Meinung zu sagt, was ihr dazu denkt, was ihr dazu meint und wie ihr das findet. Und wenn ihr noch eine Idee habt, ob wir das jetzt ASC nennen oder CAG oder wie auch immer, dann gerne auch da rein damit, also Comic, Animation, Spiel oder Game oder irgendwie sowas, sollte drin vorkommen. Ja, das war's von diesem Video und ich sag mal Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Toffi. Euer Toffi.